Wir haben uns daran gewöhnt, Nachrichten und Reportagen aus der ganzen Welt mit einem Klick zu uns zu holen. Doch viele Beiträge entstehen unter schweren Bedingungen. Heute können Sie den mutigen Reportern in aller Welt etwas zurückgeben. Mit Ihrer Unterstützung ermöglichen Sie unseren weltweiten Kampf für Presse- und Informationsfreiheit. Wir sind Reporter ohne Grenzen. Wir recherchieren und dokumentieren, wenn Journalisten, Fotografen und Blogger wegen ihrer Arbeit verfolgt und verhaftet werden. Wir informieren die Öffentlichkeit, unterstützen die Familien vor Ort, bezahlen Anwälte und Kautionen. Wir verurteilen, wenn Journalisten bei ihrer Arbeit bedroht und angegriffen werden, ersetzen zerstörte Ausrüstung, zahlen medizinische Behandlungen. Wir kritisieren, wenn Journalisten zensiert und überwacht werden. Organisieren Demonstrationen. Schreiben Protestmails. Gemeinsam für Presse- und Informationsfreiheit weltweit. Bitte unterstützen Sie uns dabei. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.